Hallo Leute, hier ist OKLS3 Live von den Insider mit einem weiteren Let's Test und zwar Let's Test Heroes. Oder irre ich mich da, lieber Moshkopp, der heute mal an meiner Seite ist. Ja. Ja. Also der Moshkopp, der zockt gerade mit dem Held Waste nicht. Und der Name ist Programm, sag ich mal. Der Waste hat wirklich nicht. Ah, Battlefield Heroes, stimmt ja. Ja, sag doch doch. Ja. Wir werden mal eine Runde zocken und euch zeigen, wie das Spiel hier so ist. Den Link zum Spiel werden wir natürlich in der Beschreibung posten. Und ja, lieber Moshkopp, erzähl doch mal was über dich. Ja, über mich. Ich bin Level 11. Na, dieser Waste. Team, der OUK Let's Reelive ist im roten Team. Der gerade auf einem Flugzeug sitzt. Wie steht's? Ja. Ja. Da versuche ich mich mal zu messern. Der Moshkopp ist, ähm, was für eine Klasse bist du? Äh. Äh. Ja, die Klasse weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls das mit dem Messer. Ach so, ja, Messer, sniper, scheißdreck. Ich bin ganz normaler Soldat, glaube ich. Ich weiß nicht genau. Ich bin jetzt erst Level 6, weil ich das Spiel gerade mal so ein bisschen angezockt habe. Und gerade leckt das bei mir. Und jetzt fliege ich auch gerade im Flugzeug. Flugzeug. Ja, und ich bin gerade eine Flagge am Aubern. Ja. Ach ja, und jetzt killen die mich auch noch. Ich sehe auch ein Flugzeug. Da gibt's sogar hier Geschütze, lol. Die haben schon gar nicht gesehen. Hm. Kann man damit die Flugzeuge abballern, oder was? Na? Nein, der oberte ich eine Flagge. Breakdown 27 hat mich gekillt, der Penner. Jetzt oberte er unsere Flagge. Ja. Warte, ich bin gerufen. Ja. So, hab ihn gekillt. Flagge eingenommen, alles klar. Jetzt wieder zurück zum Geschütz und war Flugzeug abballern. Zack. Flakgeschütz. Wo ist das Flugzeug hin? Ich sehe die Namen, ich baller drauf, aber nichts passiert. Ja. Oder wann von dem Liefen. Kann das Flagge-Schütz auch was gegen Panzer machen? Ähm, wenn du hier zum Beispiel so Panzerfaust, äh, auf dem Panzerschiff. Ja, aber ich mein, so ein Flagge-Schütz halt, ähm, wo die Flugzeuge mal abballern kann. Ja. Komm her, komm her, ich will einsteigen, ich will einsteigen. Dick. Hier im Spiel kann man auch mit ab und mit fahren. Mit Enter kannst du halt schreiben. Ja, das ist mir schon klar. Achso, okay. Flagge, oberen. Ach ja. Zack, zack, zack. Und Panzer, ohm Panzer, ohm Panzer. Steck aus. Mit M kannst du gucken. Die Landwarte halten. Nein. Stirb doch, oah, mit Down. Von dem Panzer gekillt worden. Wer ist denn zockt das Spiel länger wie ich, hat aber weniger Punkte? Echt, jo, ich, äh, fixiere mich ja auch hier aufs Flacken, äh, hier aufs Flacken. Zack, ab und ein Flugzeug und weg, ich kann bestimmt überhaupt null fliegen. Och jo, jetzt bist du erster Platz. Wie bist denn du drauf? Nein. Na ja, muss so, muss so. Ich kille einfach alles, was mir vor die Flinte läuft. Und irgendwie schreibt die ganze Zeit jemand bei mir in Skype. Und ich weiß nicht, wer das ist. Geh mir mal ein Auto. Pam, Auto kaputt. Warte, ne, ich muss da lang. Ach jo, kommt da jemand mit einer Sniper an. Das ist auch noch der hierin. Komm her. pumpen die auto geflogen weil da wie das auto rumfliegt das ist ja mal eine aufnahme angucken wie so ein auto rumgefloß grad ohne scheiß beim panzer gegen gefahren das so weit geflogen ich bin grad gm panzer gegen ein auto gefahren das so weit geflogen er hatte nur ein hp die runde geht aber irgendwie schon lange wie mich das ankommt sommer zwei runden let's testen oder nur einer ok lasst zwei dann machen damit eine länge fast länges zack frontal zusammenstoß ich hab dich irgendwie immer noch nicht gesehen ich dich auch nicht die map ist viel zu groß zack auto geklaut ich sehe dich ich sehe dich neu ich hab dich überfahren ich sehe dich ich sehe dich lol überfährt er mir steil kommt kommt panzer 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 jawoll euch der panzer abgefuckt ja komm her fahr ruhig weiter komm komm siehst du mich schon aus ja fahr gerade aus gleich ich bin schon schon vorgesehen das wirst du nicht schwarz ab ja 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 ich hab irgendwie so eine komische truhe bekommen zack wieder ein auto drin und los geht's jetzt gegen den verbindungsflug nein den komischen bräunlicheren typ mit einem weißen kittel den sehe ich irgendwie ganze zeit erläutern vielleicht vielleicht noch mal raus kein bock zum zack ähh mein kolle ist umgefahren joa es ist mein panzer so macht er noch eine zeit bombe daran da kannst du dann ausgestiegen gewonnen und dann direkt noch eine runde hinten dran schön gg schreiben gut game oder gut gespielt egal ja lieber moschkopf was gibt es so neues bei dir im zimmer noch nicht getrunken oder was ich habe mein monster energy schon getrunken spiel startet und drei schon von ihrem auto ja und was los direkt drin und schon stehe ich da zwei flugzeuge bei mir auch steht direkt davon fliegt bei einem mit ich fliege gerade bei einem mit aber sieht so aus als ob der fliege ich habe da eben bei der ersten fahne raus ja ich sehe ich habe dich gesehen eben im flugzeug ja nein das war wieder mal nix und wieder flag erobern warte auf mich ich will mitfliegen perfekt je zwei runde sparen im flugzeug mit meinem maschinengewehr kann schon schaden an flugzeugen ausrichten ja 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 wo bist du wo bist du hehehehehe wieder mal in meinem lieblings fahrzeug panzer 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 ja ja von irgendwoher werde ich nur im flugzeug glaube ich abgeballert ja Leute bei uns seht es acht grad ja ja komm fahr ich jetzt auch mal nen panzer was ne bist du das warst du nicht gut so jetzt gehts weiter um den panzer zur nächsten flagge ja ja scheinbar fliegt doch schon einmal im falschen runter von euch ran ha ich sehe dich yeah he he ich wollte mich grad ausstecken hehehe hehehe so schnell mit nem jeep hinterein ja und die parken bei mir alles zu mit den dingern ja komm ruhig her oh natürlich kommt mein vater jetzt wieder mit ich hoffe das hat meine zu sehr an der aufnahme gehört ich hasse das ich komme einfach grundlos ins zimmer laba den scheiß und hauen sie wieder ab ich bin oder ich bin wieder erster he 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 aber nur von unserem team von eurem team ist jemand anderes erster Verdammt, verdammt, verdammt. Gerade geht man schon bis in den Sack. Das ist wieder ein Autosche, Zeusche. Ah ne, mit Panzersche. Bist du immer noch ein Panzer? Jaa. Bist du immer das hinter mir? Nee. Nun. Wieso habe ich eben für den Panzer kaum was abgezogen? Rateln! Ach joa! Basement. Killt der mich da mit ne... ...tippiert. Wo ist ne Auto? Hier. Rimpi. Nein. Boom! Ja. Du hast mich nicht gekillt. ... ... ... ... ... Ich hatte einen riesen Knochen. Der ist jetzt auch ab. Ach man, ich konnte dich jetzt nicht kennen. Ich hatte sogar ein Messer, der mich da ist, kalt. Ja, was soll man sonst mit einem wie dir machen? Naja. Man, wir müssen schon so ein Auto sehen. Mach doch Wum, mach doch Wum an dem Panzer. Sache wurde schon. Wife 12 das voll der Assi. Ich hab ja nichts Fußball Shit, aber ich kann irgendwie nicht mit den Dingern fliegen. kann ich höher fliegen mit dem flugzeug ich hasse das mit der maus ein flugzeug zu steuern konnte ich noch nie jörg die man mit ihren kann ich habe ich gerade niederlagen alles klar leute das war es wieder mal von mir und dem moscow der ersatzweise für den kingsmoke da war ich hoffe ihr habt viel spaß gemacht lasst bitte ein abo da und gibt ein bisschen feedback wie es handelt okay ich sag schon mal bis zum nächsten mal ja bis morgen